Ja, 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 das ist ein Bär, sag ich, da magst du was mit. Überhaupt mit den älteren, geschminkten Damen. Die Rothaarige, die mit den weißen Menschen oder die Frühflussblaue? Nein, meine Nachbarin, Gerscht, und davor stirbt dir die Katz. Tut sie die Katz in eine Schuhschachtleine und stört sie es ins Schlafzimmer hin. Nach 14 Tagen hat die Katz halt schon zum Stimmgang. Ist zum Ortsvorstehen kam, hat sie gesagt, hörst Leo, mir ist die Katz gestorben, ich hab sie in eine Schuhschachtel getan, die fangt mir zum Stimmgau, was soll ich da machen. Dann sagt der Herr, die kannst du nicht in eine Schuhschachtel drin lassen, die musst in die Tierverwertung führen. Dann ist sie zu mir gekommen, nächsten Tag steht schon mit der Schachtel beim Autobus, sagt zu Franzi, geh ich mich nicht aus, kannst du mir nicht sagen, wo ich aussteigen muss. Sag ich, guten Apparit, setz dich nieder, wenn wir bei der Tierverwertung sind, sagen wir das. Na, ich komm dorthin, bleib stehen, schrei hinterher, die Dame mit der stinkenden Musche bitte aussteigen. Dann werden zwei andere aussteigen. Dann werden wir bei der Tierverwertung sind, wenn wir bei der Tierverwertung sind, auf Similarabend usw quizzieren. ..."